Hallo, mein Name ist Angela Sattke. Ich bin hier die Leitung im Reitstall St. Leonhard im Dominikus-Ringeisenberg. Im Moment versorgen wir im Reitstall 15 Pferde. Wir bieten hier heilpädagogisches, therapeutisches Reiten an. Zu unseren Klienten zählen die Bewohner des Dominikus-Ringeisenbergs. Sowohl Kinder als auch erwachsene Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten. Hallo, mein Name ist Aline Stregel und ich mache hier im Reitstall St. Leonhard ein Freiwilliges Soziales Jahr. Mein Name ist Theresa Schneider und ich mache hier seit September 2019 meinen Bundesfreiwilligendienst. Wir suchen ab September einen Jahrespraktikant oder Praktikantin oder jemand, der einen Bundesfreiwilligendienst bei uns machen will oder ein freiwilliges Soziales Jahr. Die Lust hat hier mit Tieren im Reitstall zu arbeiten, Lust hat uns bei der Versorgung unserer Tiere zu helfen, bei der Pflege, als auch Interesse hat an der pädagogischen Arbeit mit unseren Klienten. Also ich persönlich finde die tiergeschützte Therapie sehr spannend, gerade weil wir so viele verschiedene Klienten haben und die dann teilweise so viel Freude und Glück ausstrahlen, was einen dann selber auch total erfüllt. Für mich ist das jetzt hier die perfekte Möglichkeit, meinen Bundesfreiwilligendienst hier zu machen, um hier meine ersten Erfahrungen mit Menschen mit Beeinträchtigung zu sammeln, da ich später hier im Dominikus-Ring-Eisenberg die Schule für Heilerziehungspflege besuchen möchte. Also ich finde es toll, dass die Arbeit hier sehr abwechslungsreich ist, weil es halt einfach viele verschiedene Aufgabenbereiche gibt, wie zum Beispiel die Versorgung der Pferde, die Mithilfe bei der Therapie oder auch die Betreuung unserer WFBM-Mitarbeiter. Außerdem kann man hier einfach von den Fachkräften jede Menge über die Bedürfnisse der Tiere lernen und auch die eigenen sozialen Kompetenzen werden stets erweitert. Wir wünschen uns jemanden, der vorausschauend ist, relativ angstfrei im Umgang mit Pferden und der Lust hat, uns hier bei der wertvollen Arbeit zu unterstützen. Wir freuen uns auf deine Werbung! Wir freuen uns auf deine Werbung!